Weltmeister zu werden ist nicht annähernd so schwer wie Weltmeister zu bleiben. Der gesagt hat, er muss Weltmeister werden, der Beste der Welt werden, weil dann ist es vollkommen egal, wenn er morgens aufsteht, wenn es regnet, schneit, stürmt oder die Sonne schneidet, er wird immer mit einem Lachen aufstehen und er weiß, er hat alles seine Möglichkeiten rausgeholt und es wird nicht einfacher, sondern immer schwerer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017